Herzlich Willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingesbühlen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank schon mal dafür. Und heute möchte ich euch so ein bisschen in die Technik mitnehmen, was wir alles letzte Woche allerdings fabriziert haben, was wir verbaut haben, was wir gemacht haben. Punkt 1. Punkt 2 möchte ich euch wie versprochen nur ein bisschen was über Parallelschaltung, Reihenschaltung verschiedener Solarmodule erzählen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema und da habe ich nur ein bisschen was vorbereitet und da möchte ich euch nur ein bisschen mitnehmen. Also, da tun wir nicht lang rum und legen gleich los. Dann kommt noch der dritte Punkt. Und zwar möchte ich nochmals erinnern, nächste Woche ist es soweit. Unser Campertreffen steht vor der Tür. 26. bis 29. Mai. Wir haben noch Plätze frei. Also, wenn ihr noch unerschlossen seid, wenn ihr noch Lust habt, ihr seid herzlich willkommen. Aktuell haben wir roundabout 150 Fahrzeuge, die sich angemeldet haben. Also, es ist gut was los und haben auch ganz, ganz viele Überraschungen für euch parat mit, ja, ich sag mal, künstlerischer Art und Weise wie auch schöner Art und Weise und kulinarischer Art und Weise. Und so ein bisschen Spaß ist natürlich auch dabei. Ganz viele YouTuber sind da. Ganz tolle YouTuber wie der Markus, Fan4Van, der Aki, der Wir sind Camper, der Sascha und so weiter. Also, das wird auf alle Fälle eine ganz tolle Sache und auch da freue ich mich unwahrscheinlich auf die Tage mit euch. Und wenn ihr noch Lust habt und unerschlossen seid, meldet euch gern an, kurze E-Mail an uns und dann geht's auch schon los. Aber jetzt tun wir nicht mehr lang rum und wir legen los. Also, auf geht's. Ja, in erster Linie ging es mir ja um Reihen- oder Parallelschaltung. Ich glaube, so als vorletzte Video habe ich euch den Concorde gezeigt. Der Concorde hatte von der Firma Sunpower die Back-Kontaktzelle auf dem Dach, neun Stück an der Zahl. Und die neun Stück waren alle parallel zueinander verschalten. Was man sicherlich tun kann, überhaupt kein Problem. Und ja, also ich, meine Frau hat zwar gesagt, ich soll nichts sagen, aber eigentlich ist es ja Quatsch. Aber manch einer fühlt sich da halt immer wieder so ein bisschen angestichelt. Ich finde es ja toll und amüsant. So kriege ich wenigstens auf anderen Kanälen auch ab und zu mal eine kleine Sendezeit. Also, ist ja ganz spannend. Jedenfalls, diese Zelle hat eine Sache, meine Leerlaufspannung, roundabout 20 Volt, plus minus 22 Volt, 23 Volt, 24 Volt, ganz egal. Und es ist eigentlich eine Sache, die ja nicht einmal von mir kommt, die ja ich nicht neu erfunden habe, beziehungsweise, sondern die einfach elektrotechnische Voraussetzungen sind und die eigentlich, ja, die einfach Ist-Stand sind. Oder das ist so, kann man überall im Internet recherchieren, auf jeder Seite. Also ich habe hier mal so einen Zettel mitgebracht, kann man seitenweise aus dem Internet auch rauslesen, wo sich ganz viele Elektroingenieure und Techniker, Solarwissenschaftler und alle Menschen, die damit zu tun haben, ja richtig Gedanken drüber gemacht haben. Und warum eine Reihenschaltung? Also ich lese es jetzt groß mal vor. Bewusst lese ich das vor, weil auch wieder da manch einer da ist, der dann erzählt, ich sollte mich besser vorbereiten, weil dann müsste nichts ablesen. Also A, ich bin kein Schauspieler aus Hollywood. B, ja, ich werde ablesen, weil das eben nicht von mir stammt, sondern eben aus anderen Lektüren aus dem Internet. Und ich lese das einfach mal vor, damit man auch sieht, was im Internet überall steht, beziehungsweise was auf diesen professionellen Seiten auch überall zu lesen ist, was zum Beispiel alles für Vorteil herrscht, wenn man eine Parallel- oder eine Reihenschaltung macht. Ich fange jetzt einfach mal mit der Reihenschaltung an. Und zwar bei der Reihenschaltung kommt als erster Pluspunkt natürlich super einfacher Anschluss. Ja, okay, das kann man zählen oder muss man aber auch nicht zählen. Der zweite Punkt ist aber dann schon nicht ganz so unwichtig. Durch die Erweiterung ist ohne Probleme möglich, weil man den Kabelquerschnitt dann dadurch einfach kleiner wählen kann. Weil logisch, umso mehr Volt, das man hat, umso weniger oder umso dünner kann ich mein Kabelquerschnitt wählen. Das kann man dann auch dementsprechend errechnen. Der nächste große Punkt, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, definitiv mehr Leistung im Sommer, ganz klar. Und der nächste große Punkt, mehr Ertrag bei teilweise Verschattung. Auch das ist die Logik, weil mittlerweile ist es nämlich nicht mehr ganz so wie früher angenommen. Da lese ich gleich nochmal was vor. Der nächste Punkt ist, MPPT-Regler arbeiten mit höherer Eingangsspannung effektiver. Auch diese Situation habe nicht ich erfunden, sondern diese Situation ist Elektrotechnik. Das ist einfach so. Ein MPPT-Regler, Maximum Powerpoint, arbeitet umso effektiver, umso mehr Spannung, dass er hat. Bei einer Platte mit 20 Volt, 24 Volt, kann ich mir das Geld, das teure, für einen MPPT-Regler eigentlich knicken, weil der gar keinen Sinn macht. Weil der arbeitet dabei weit nicht so aktiv oder effektiv, wie wenn ich einen MPPT-Regler Futter gebe und 50 Volt gebe oder 60 Volt gebe, dann ist er wesentlich effektiver und kann dadurch auch einen größeren Ertrag rausholen. Auch das steht überall. Auch das ist keine Erfindung von MIGA Caravan oder von sonst irgendjemandem, sondern das ist halt leider Gottes einfach wirklich Elektrotechnik. Da kann man nicht dran rütteln, da kommt man auch nicht dran vorbei. Das ist einfach so und auch überall zu recherchieren und zu erlesen. Der Vorteil von einer Parallelschaltung, also gibt es eigentlich nur einen großen Vorteil. Man braucht keinen MPPT-Regler. Also sprich, wenn man eine Parallelschaltung macht, kann ich mir eigentlich den MPPT-Regler bei Niedrigvolt- oder Normalvolt-Platten sparen, weil da macht er eben keinen großen Sinn. Dann steht noch dort, Faltmodule mit gleicher Spannung lassen sich dazuschalten. Ja klar, logisch, das funktioniert und kann man dann auch jeweils ohne Probleme machen. Nachteile einer Parallelschaltung. Mehr Verlust bei Verschattung und das ist ein wichtiger Punkt. Eine Parallelschaltung hat wesentlich mehr Verlust bei einer Teilverschattung wie bei einer Reihenverschaltung. Warum ist das so? Also, wenn zwei Module in Reihe geschaltet werden, addiert sich die Spannung. Der MPPT-Spannung wird also von 18 auf 36 ansteigen. Es sind ja jetzt 72 Reihenzellen in Reihe verbunden. Wenn nur eine Zelle verschattet wird, fällt der obere Beschriebene ein halbes Modul aus. Das hat zur Folge, dass die MPPT-Spannung um 9 Volt einbricht. Um 9 Volt. Also von 36 auf 27. Der MPPT-Solarregler erkennt diesen Umstand und passt seine Arbeitsspannung entsprechend an und arbeitet dann wie gewohnt weiter. Die Leistung, der Leistungsverlust wird also bei 25 Prozent liegen. So, Reihenschaltung. Was passiert bei einer Reihenschaltung, bei einer Parallelschaltung im Prinzip oder im Detail? Wenn zwei Module parallel geschaltet werden, addiert sich nur der Strom. Die MPPT-Spannung bleibt 18 Volt. Es sind ja zwei mal 18 Zellen parallel verbunden. Wenn nun eine Einzelzelle verschattet wird, fällt, wie oben beschrieben, ein halbes Modul aus. Also das war das gleiche wie bei der Reihenschaltung. Das hat zur Folge, dass die MPP-Spannung des Schattenmoduls um 9 Volt einbricht. Also von 18 Volt auf 9 Volt. Das Modul wird mit 18 Volt weiter arbeiten. Bei einer MPPT-Solarregler ist das egal. Er arbeitet einfach mit der halben Leistung weiter. Dann mit 9 Volt von dem verschatteten Modul. Also das heißt, der Leistungsverlust liegt also bei 50 Prozent und nicht bei 25 Prozent. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich, wenn man sich einmal näher damit befasst, eben einfach Fakt ist. Also natürlich kommt es immer darauf an, wo man eine Reihenschaltung, eine Parallelschaltung macht. Auf einem Wohnmobil mit drei Platten brauche ich keine Reihenschaltung machen. Ganz klar, die Platten müssen schon zusammenliegen. Und ich habe ja schon immer gesagt, ab vier Platten, ab vier Module macht es für mich Sinn. Weil dann kann ich immer zwei Module zusammenstecken, A2 in Reihe zusammenschalten und die zwei Pärchen dann parallel zueinander schalten. Dann wird es effektiv und dann kriege ich auch richtig Fettleistung. Allerdings macht es für mich keinen Sinn, bei zwei Modulen, wenn ich nur zwei Module habe, dann würde ich auch keine Reihenschaltung anzwingen. Sondern man muss schon aufpassen, wann man das wo macht. Aber wie zum Beispiel bei der Concorde mit neun Modulen hat sich ja förmlich danach, ja, das hat ja förmlich danach gerochen. Weil bei jeweils drei Modulen in Reihe und die drei Package dann parallel zueinander, das ergibt ja eine viel, viel, viel höhere Leistung, wie wenn ich neun Module parallel zueinander schalte, wie eben auch gerade euch vorgelesen und verkündet. Also es ist schon ein Riesenthema, ich weiß. Und es gibt manche, die Beschäftigte so sehr, dass sie es in ihrem Video immer aufgeregt mitteilen müssen. Ich persönlich finde es einfach nur erwähnenswert. Wie gesagt, es wächst nicht auf meinen Mist. Ich gebe nur die Wissenschaft wieder oder das, was man erlernt hat, beziehungsweise was man in der Elektrotechnik erlernt hat und was man auch in der Praxis erfährt. Und man muss auch manchmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wir bilden uns auch ständig weiter. Wir gehen auf zig Schulungen über Solartechnik, über Standheizungen, über allen möglichen Dingen, weil wir das einfach für wichtig erhalten, solche Schulungen zu besuchen. Und die werden wir auch definitiv immer weiter fortführen, um immer näher oder immer weiter an der Technik dran zu sein. Das ist wichtig, damit wir auch neue Dinge immer wieder mitbekommen. Weil letztlich, die Welt geht weiter, die Forschungen gehen weiter und es gibt immer wieder neue Dinge. Und natürlich brauche ich mit einem 60-Volt-Modul keine Reihenschaltungen mehr anzwacken. Weil, ich meine, 120 Volt wäre Quatsch. Also von dem her, 60-Volt-Module brauche ich keine Reihenschaltung. Das kann man dann sparen, muss ich nicht machen. Aber bei 20, 24-Volt-Modulen, Leerlaufspannung, weil es ja ohne Last ist, macht es durchaus Sinn. Und dann eben Reihenschaltungen zu machen, weil ich dann einfach effektiv mehr Leistung kriege. Also da kann man drehen und wenden, wie man es will. Und das Gleiche sagt ja auch mein Solartest in meinem Garten auf Balletten wieder, dass es eben so ist. Weil das 60-Volt-Modul einfach ganz schön viel was rausholt gegenüber der Backkontaktzelle. Die halt von der Leistung her wesentlich weiter unten ist. Und das spiegelt ja auch der Wert wieder von diesem Solartest. Der Solartest, natürlich kein wissenschaftlicher Solartest. Kein Solartest, wo ein Zertifikat erstellt wird, wo ein wissenschaftliches Gutachten hat. Der Solartest ist allein für mich, zu Beratungszwecken, für meine Kunden und für meine Erfahrung und für diejenigen, die es interessiert. Das auch einmal kurz angemerkt. Und darum ist er auch in meinem Garten auf Balletten aufgebaut. Weil Laborumstände habe ich hier eigentlich nicht. Und ja, werde ich auch nicht aufbauen. Kann ich auch nicht. Will ich auch gar nicht. War auch nie mit der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist einfach, eine Erfahrung zu kriegen, wie die Unterschiede liegen. Was der Unterschied ist zwischen Hochvolt-Modulen und Normalvolt-Modulen. Was der Unterschied ist zwischen günstigen Modulen und teuren Modulen. Das sind für mich die wahren Erkenntnisse, die ich genau daraus ziehe. Und es ist scheißegal, ob die auf Balletten oder auf Tischen oder auf Böcken oder auf Stelzen stehen, die Solarmodule. Wichtig ist für mich gewesen, dass alle Solarmodule die gleichen Grundbedingungen haben. Und die haben sie. Und alle Skeptiker lade ich auch hierzu gern ein, die das hier vor Ort mal angucken können. Beziehungsweise wir haben ja bald Cambertreffen. Da kann sich auch jeder davon überzeugen, dass sie dementsprechend hier hinten liegen und wie sie liegen und wie das Ganze ausschaut. Die Erkenntnis darüber, ich will gar nicht feststellen können, welches Modul ist das beste. Weil es gibt eigentlich kein bestes und schlechtes. Alle Module haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Alle Module sind irgendwo gut. Die Backkontaktzelle ist gut. Da beißt auch die Maus keinen Fahrten ab. Die hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist von den Abmessungen her gut. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Sie hat ein tolles Maß. Dennoch muss auch eine Backkontaktzelle damit leben, dass es mittlerweile vielleicht Module gibt, die effizienter sind, die auch wieder besser sind. In der Hochvolt-Technologie, Hochvolt-Schindel-Technologie, wo sie halt einfach ein bisschen mehr Power rausholen können, dadurch, dass sie halt einfach schlichtweg ein bisschen mehr Leistung haben. Und zu dem Thema, man hätte dann schon Gleiches mit Gleichem vergleichen müssen. Also Gleiches mit gleichen Modulen, also sprich in gleichen Leistungsklassen. Totaler Quatsch, weil ich rechne ja, falls jemand das genau angeschaut hat, ich rechne ja jedes einzelne Modul runter, dass der Ertrag pro Watt Peak dann dasteht, sodass dann alles auf gleich Level gebracht wird. Also auch das, wenn man richtig verfolgt, wird ja dann so gerechnet, dass es eben alles gleich ist. Aber ja, man müsste dazu halt genau hingucken. Ja, das war es jetzt von mir mit der Thematik Reihenschaltung oder Parallelschaltung. Was davon effizienter oder nicht effizienter ist, kommt natürlich auch immer auf euer Wohnmobil drauf an. Auch das habe ich ja gerade gesagt. Man kann natürlich nicht immer alles für alles gleich über den Kamm scheren, ganz klar. Aber man kann einfach viele, viele Schlüsse daraus ziehen. Und wenn ich vier Platten montiere oder wenn ich acht Platten, sechs Platten montiere, dann kann ich, wenn ich solche Module wie eine Backkontaktzelle verbaue, einfach auch eine Reihenschaltung machen. Dann habe ich effizient einfach mehr Leistung. Und wir werden es so handhaben und zwar nicht nur, weil wir es können, sondern weil es einfach effektiv ist. Und das ist uns am Herzen liegt, unsere Kunden auch dahingehend richtig zu beraten, was auch wirklich effektiv ist. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir nur kurz in unsere Werkstatt und schauen uns da nochmal um, was wir alles getrieben haben. Also, auf geht's! Ja, hier ist wieder richtig was los. Hier haben wir einen Hobby, der hat hier wieder volles Programm gekriegt. Ich zeige es euch kurz. Hier haben wir einen Wechselrichter verbaut, eine Kombi von WCS. Unter dem anderen Sitz haben wir den Ladebooster verbaut, haben entsprechend die ganze Verteilung gemacht, damit das alles passt. Dann, dann hier hinten, unter dem Hinternsitz, da gehen wir einfach mal kurz rum. Die Zeit nehmen wir uns. Da schauen wir mal hier rum und in das Fahrzeug kurz rein. Denn hier unten haben wir den Lithium-Akku verbaut, einen 150er. Dann haben wir hier ein Mittelbrett eingezogen, damit wir das Fach natürlich auch noch nutzen können. Und mit einem anständigen Batteriehalter, damit es sauber und ordentlich funktioniert. Wie gesagt, hier hinten, hier hinten haben wir den Booster reingemacht. Also, richtig viel hat er wieder gekriegt, das Fahrzeug. Hier oben haben wir halt andere Richtung. Hier oben haben wir den Max-Van eingebaut. Hinten haben wir noch Steckdosen reingemacht, nur etliche. Und, und, und. Also, ihr seht, auch bei uns hier die Auftragsdinger, die sind hier immer richtig voll. Die Leute kriegen da immer richtig viel Ladebooster. Alarmanlage hat er noch gekriegt, genau. Mit Profinder und allem drum und dran. Also, richtig die Hütte voll. Und dann hat er noch eine LTE-Antenne bekommen. Da haben wir auch noch was aufs Dach gemacht. Natürlich auch eine Solaranlage, genau. Eine Solaranlage hat er auch noch gekriegt. Also, richtig, richtig heftig. Ihr verzeiht mir, dass es jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf macht, nicht im Detail. Weil hier steht auch schon wieder der Nächste, eine Leica. Die bauen wir gerade um. Der kriegt auch volle Hütte. Solarplatten, Wechselrichter, Lithium-Akkus und so weiter. Heo-Safe, Schlösser haben wir eingebaut. In dem Fall haben wir die hier eingebaut. Ihr seht's. Hier sind wir noch zugange. Darum ist hier auch noch alles offen. Hier müssen wir noch ein bisschen was dran tun. Der wird morgen fertig. Und draußen haben wir noch einen wunderschönen Concorde stehen. Den sieht man hier durch das Fenster. Genau, den haben wir vor der Tür stehen. Der kriegt auch noch Maxven und Ladebooster. Auch der kriegt noch einiges an Technik. Und ja, also ihr seht, es ist echt Action. Hier ist es auch ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Da sind wir hier noch am Bauen. Da haben wir nämlich hier wieder eine ganz enge Kiste. Also ihr seht, hier ist wieder richtig, richtig eng. Ich geh mal kurz rein. Jetzt sehen wir es richtig. Hier haben wir den Ladebooster hingemacht. Hier haben wir die Netzumschaltung hingemacht. Dann haben wir auf der anderen Seite zweimal Lithium hingemacht. Zweimal 100. Und hier hinten haben wir einen kleinen Wechselrichter hingemacht. und den FI dafür dementsprechend in dem Fach von der alte Heizung. Wir haben natürlich gut für Abluft gesorgt, damit da nichts passiert. Ist halt alles ein bisschen eng in dem Fahrzeug, aber alles machbar. Wichtig ist immer, dass man letztlich ja die Lösung findet und dass es dann sauber und ordentlich verbaut wird. Da sind wir jetzt gerade noch durch und jetzt machen wir noch ein paar Displays ran und noch ein paar Restarbeiten. Dann wird das Fahrzeug morgen sauber gemacht. Auch das müsste morgen fertig werden. Genauso wie die Concorde da draußen. Und dann kommt auch schon wieder das nächste Auto. Dann haben wir noch einen unten stehen. Der kriegt eine Dieselluftheizung. Genau, und was kriegen wir dann noch? Ja, dann haben wir noch mal einen stehen. Der hat hinten einen Auszug gerichtet. Hier haben wir unsere Kabellieferungen gerichtet. Da sind noch einige ausstehend, weil auch da wird es langsam immer krimineller. Manche Kabel haben teilweise bis zu fünf, sechs Wochen Lieferzeit. Also es ist echt kriminell zurzeit. Aber gut, was will man machen? Müssen wir durch. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, wir sind schon wieder durch. Wir haben es schon wieder gehabt. Ihr seht, was wir alles in der Werkstatt gemacht haben. Zum Solartest ist auch alles, beziehungsweise Parallelreihenschaltung ist auch alles gesagt. Was Sie noch loswerden wollen, das liegt mir einfach so ein bisschen am Herzen, weil da gehen immer so ein paar Sachen rum, die stimmen mich immer ein wenig flau, weil wenn, dann muss man schon das Ganze immer sagen, wie es denn auch wirklich ist und wie es auch effizient ist. Und ja, mei, ich persönlich habe hier nichts davon. Es wäre ja Quatsch, wenn ich da irgendwas erzähle, was hin und vor nicht stimmen wird, weil irgendwann wird dann natürlich irgendeiner Kunde kommen und wird sagen, so ein Quatsch oder so ein Müll und der erzählt bloß Schund. Also es hat schon irgendwo ja auch Hand und Fuß, was wir hier tun. Nochmals kurz zur Erinnerung auch nochmal an unser Fahrsicherheitstraining. Auch da möchte ich nochmal dran erinnern. Am 10., 11., 12., 6. Lausitzring. Also, wenn ihr euch noch nie angemeldet habt, würde ich mich auch hier freuen, euch wieder zu sehen. Und wenn ihr dabei seid, ist ein wichtiger Termin, Fahrsicherheitstraining, ich habe schon oft genug gesagt, man kann nie sicher genug unterwegs sein und effektiv ist es einfach wirklich ein Gewinn der Sicherheit. Es bringt einfach so ein bisschen mehr Gefühl fürs Fahrzeug und das ist wirklich effektiv und macht unheimlich Spaß und ich persönlich bin auch dabei, wie auch der Markus, wie auch keine Camper Tobi ist auch dabei auf alle Fälle. Und wir freuen uns da ganz tierisch auf euch, weil das wird auch riesen Spaß machen und ein bisschen philosophieren, ein bisschen miteinander reden und dann das Fahrsicherheitstraining absolvieren. Auch da ein bisschen Fachsemmeln, ein riesen Ding und auch darüber freuen wir uns unwahrscheinlich und wenn ihr noch Lust habt, auch da sind meines Wissens noch Plätze frei, meldet sie euch an. Hunde dürfen natürlich auch mit, sind herzlich willkommen, auch wir haben sie wahrscheinlich dabei, mal sehen und da würden wir uns wirklich auch auf euch freuen. Ja, jetzt bin ich durch, jetzt höre ich auf mit meinem Gewak-Wak-Puzzle. Wenn euch das einigermaßen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, genauso wie über ein Abo von euch und bleibt mir gesund, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Halt, Stopp, eure Erfahrung, euer Kommentar, freut mich natürlich wie immer. Bitte kräftig in die Tasten hauen, ganz wichtig, damit auch ich mich immer weiterbilden kann mit eurer Meinung. Auch das ist ganz wichtig zu hören und was ihr darüber denkt und wie ihr das Ganze seht. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video, da gibt es wieder spannende Themen und ich freue mich drauf. Also, bis bald. Ciao, ciao. Tschau.